Alexander, 5. Wilkovic Hannes, 6. Ethel Thomas, 7. Freischalker Patrick, 8. Kremsturz Lukas, 9. Giffing Lukas, 10. Dumberger David, Nummer 11. Frank Sebastian, Ersatzspieler, Ersatz-Tor-Mann Cengic Felix, 12. Eberhard Tobias, 13. Schriebel Thorsten, 14. Gager David, 15. Adrian Stefan. Nun kommen wir zur Aufstellung von der europäische Mannschaft. Nummer 1. Planschein Felix, Christel David, 3. Alasic Almin, 4. Vektor Alexander, 5. Lugonja Bojan, 6. Sladojevic Stefan, 7. Reiter Dominik, 8. Mariger Christoph, 9. Sabic Hannes, 10. Raguz Marco, Nummer 11. Beutner Marcel, Ersatzspieler, Ersatz-Dorman, Edino Witsch-Russo, 12. Baumgartner Julian, 14. Wagner Jakob, 15. Lugonja Christoph. Trainer von Daniel Schwanzer, ist der Serner Robert und Trainer Gauss Kugger. Die Tür ist der Reihe.